Hey Leute, ich bin's Michelle, wir sind wieder bei FrontPageTV und heute spielen wir Entweder-Oder. Unter Wasser atmen können oder fliegen können? Fliegen können. Obwohl, nein, nein, nein. Unter Wasser atmen können. Was hab ich jetzt umgeschliffen? H2O. Ein Jahr im Gefängnis oder ein Jahr weniger leben? Ein Jahr im Gefängnis. Ein Jahr im Gefängnis, ist ne Lebensgefängnis. Für immer umsonst fliegen oder umsonst essen? Umsonst fliegen. Wo würdest du so hinfliegen? Amerika. Ja. Ja, dich nehm ich auch mit. Jeden Monat umziehen oder für immer zuhause leben? Jeden Monat umziehen. Würdest du lieber einen Esel oder eine Giraffe reiten? Ähm, ein Esel, weil der ist nicht so hoch. Da kann man nicht so weit runterfallen. Mann. Eine Vogelspinne essen oder für immer grüne Klamotten tragen? Die Vogelspinne, wobei gemerkt, musst du selber töten und zubereiten. Ach so, die lebt, wenn ich sie für immer grün tragen. Wenn die fertig wäre, also wenn die schon tot wäre, dann würde ich es machen. Aber die selber, am Ende beißt die mich. Also, ja. Okay, okay, okay. Oh Gott. Wasserbockenschlacht. Wasserbockenschlacht oder Essenschlacht? Wasserbockenschlacht. Okay. Lieber in einer Höhle oder in einem Baumhaus leben? In einem Baumhaus. Wasserbockenschlacht. 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 Feuerbockenschlacht. Feuerbockenschlacht. Weil er gerade Avatar guckt. Aber mit Feuer kann man Leuten mehr wehtun als mit Wasser. Teleportation oder Gedankenleben? Teleportation. Ich glaube, es ist nicht so cool, wenn man weiß, was manche Leute über einen denken. Nie wieder Fleisch oder nie wieder Gemüse? Nie wieder Fleisch. Ein automatisiertes Haus oder ein selbstfahrendes Auto? Automatisiertes Haus. Kein Bock, einen Unfall zu bauen. Was für Futures hätte dein Haus so automatisiert? Boah, ich müsste gar nichts mehr machen. Berühmt oder unbekannt? Kommt drauf an, welches berühmt. Was gibt es dafür? Naja, man kennt mich ja schon ein bisschen, aber so eine Selina Gomez wäre ich jetzt nicht gern. Also wenn es so krass berühmt ist, dann... Naja, es hat beides schöne Seiten. Also ich würde gar nichts nehmen. Alles bleibt so, wie es hier ist. Halt, stopp! Das bleibt alles so, wie es hier ist. Lieber Teppich oder Unterwasserauto? Unterwasser was? Unterwasserauto. Unterwasserauto. Unsicher sein oder Zeit anhalten? Zeit anhalten. And that's it. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich ziemlich viel ansurosweise. Zeit anhalten. Mittags預앗. Bis dann. Vielen Dank.